Die richtige Person wird zum göttlichen Zeitpunkt in Dein Leben kommen. Zeit ist himmlisch relativ. Wer daran glauben kann, dass wir alle Teil eines göttlichen Planes sind, hat im Leben unermessliche Vorteile auf seiner Seite. Die Vorstellung, in etwas so Wichtiges wie der Schöpfung und dem Weltbild aktiv eingebunden zu sein, darf uns zu Recht mit Stolz und Freude erfüllen. Außerdem ist diese Sicht auf das Leben auch eine ausgesprochen praktische. Alles geschieht, wie es geschehen soll. Wir können natürlich unsere eigenen Pläne verfolgen und uns mehrere Ziele stecken. Gelingen wird uns am Ende nur das, was auch die göttliche Vorsehung für uns geplant hat. Das ultimative Highlight, auf das jede und jeder von uns zeitlebensungeduldig wartet, ist das Treffen mit dem Menschen, der uns bestimmt ist. Seelenliebe, Zwillingsflamme, verwandte Seele oder Liebe unseres Lebens. Sie oder er hat viele Namen, aber nur eine Gestalt. Es kann dauern, bis sie sich endlich zu erkennen gibt. Wir möchten Dir hier vier universelle Regeln vorstellen, die dabei eine ganz wesentliche Rolle spielen. Regel Nummer 1 Egal welchen Bereich unseres Lebens oder des Kosmos wir betrachten, das Einzige, worauf wir uns zu 100% verlassen können, ist die Veränderung. Wenn es einen roten Faden gibt in unserer Welt, dann ist es die Konstante des Wandels. In guten Zeiten ist dies eine schlechte Nachricht, denn sie werden nicht von Dauer sein. In schlechten Zeiten ist sie der Rettungsring, der uns aus den Untiefen von Trauer und Verzweiflung holt. Denn schließlich geht alles vorüber. Während wir unseren Alltag bestreiten und dabei mehr oder weniger inständig auf die große Liebe hoffen, passiert sehr vieles um uns herum. Das wenigste davon können wir aktiv beeinflussen oder steuern. Wenn wir es schaffen, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, anstatt sie permanent mit Gewalt so zurechtzubiegen, wie wir sie haben möchten, werden sie sich schon bald zu unseren Gunsten entwickeln. Das Loslassen von bestimmten Vorstellungen und das Abgeben der Kontrolle an die höheren Mächte ist der erste wichtige Schritt hin zu unserem Seelenmenschen. Regel Nummer 2 Timing ist alles Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, hat schon viele Paare zusammengebracht. Was wir dann als Zufall bezeichnen, ist nichts anderes als ein wundervolles Beispiel dafür, wie die göttliche Ordnung funktioniert. Dass wir auf der richtigen Zeitschiene unterwegs sind, erkennen wir an der Leichtigkeit, mit der uns alles gelingt. Wenn wir einen echten sogenannten Lauf in allen Bereichen haben, sind wir bestens getimt und im Zeitplan. Allerdings nicht in unserem. Es ist manchmal essentiell, sich Gespräche oder Vorhaben aus dem Kopf zu schlagen, wenn unser Gefühl uns deutlich signalisiert, dass es nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Meist kämpfen dann zwei Seelen in unserer Brust. Eine, die das Thema unbedingt und sofort abgehakt haben möchte. Und eine andere, die während wir schon zum Sprechen ansetzen ganz genau bemerkt, dass dieses Unterfangen zum Scheitern verurteilt sein wird. Dinge übers Knie zu brechen, ist einer der Kardinalfehler, die wir im Umgang mit dem göttlichen Plan begehen können. Der beste Vorsatz und die perfekte Vorbereitung nützen nicht, wenn der Zeitpunkt der falsche dafür ist. Regel Nummer 3 Zwang und Druck wirken kontraproduktiv Wenn wir aus der göttlichen Regel Nummer 1, alles fließt, etwas herauslesen sollten, dann, dass wir den Fluss der Dinge nicht umleiten oder aufhalten können. Natürlich werden wir unserer menschlichen Natur entsprechend immer wieder versuchen, dem Lauf des Lebens unseren Stempel aufzudrücken. Funktionieren wird nichts davon. Der göttliche Plan ist makellos und fehlerfrei. Wir dürfen uns einen gewissen Handlungsspielraum in ihm vorstellen, doch die Regeln sind nicht verhandelbar. Da wir vom Schicksal aber nicht nur einen Fixplatz in der universellen Sitzordnung mitbekommen haben, sondern auch unseren starken freien Willen, kann es gelegentlich zu Überschneidungen kommen. Wir lernen, einen Menschen kennen und meinen zu wissen, sie oder er ist unser Lebensmensch. Von diesem Augenblick an setzen wir alle Hebel in Bewegung, damit diese Liebe an den Start gehen kann. Wir bedienen uns aller Möglichkeiten, die das moderne Leben bietet, um in Kontakt zu treten und mehr oder weniger zufällige Begegnungen zu initiieren. Vielleicht schaffen wir es sogar, eine Beziehung mit diesen Objekten unserer Begierde einzugehen, doch der Preis dafür wird hoch sein. Wir werden eine Hürde nach der nächsten nehmen müssen. Missverständnisse und Streit stehen an der Tagesordnung. Ständig werden sich komplizierte Situationen ergeben, die überhaupt nichts mit jener vibrierenden Leichtigkeit zu tun haben, die wir uns von einer frisch erblühten Liebe erwarten dürfen. Das passiert, wenn wir dem göttlichen Plan mit Gewalt dazwischen funken wollen. Viele solcher erzwungener Beziehungen kosten uns jede Menge Kraft, Energie und vor allem wertvolle Lebenszeit, die wir nicht im Überfluss zur Verfügung haben. Regel Nummer 4 Ungeduld weist auf ungelöste Fragen hin Die Frage nach dem Wann treibt viele Dauersingles und einsame Herzen schier in den Wahnsinn. Wie bereit müssen wir denn sein, um endlich unseren Lebensmenschen in die Arme schließen zu dürfen? Tatsächlich ist der richtige Zeitpunkt für die Liebe nicht nur ein Zeitfaktor. Eine große Rolle dabei spielen offene Baustellen in unserem Leben, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Dazu zählen zum Beispiel die Angst vor sozialer Stigmatisierung. Singles sind Menschen zweiter Klasse, beispielsweise. Verzweiflung und Angst, keinen Partner zu finden. Schattenarbeit und unser inneres Kind, das Aufmerksamkeit braucht. Bindungsangst und das Gegenteil. Angst, verlassen zu werden. Wunsch nach einer Beziehung als Rettungsanker, zum Beispiel finanziell, sozial, emotional oder psychisch. Solche und andere Defizite werden uns immer von der Liebe fernhalten. Wir sind dann nicht bereit für sie, sondern wir sind verzweifelt und hilflos. Doch es kommt noch schlimmer. Wir erwarten unsere Lebensmenschen nicht mit offenen Armen und einem leichten Herzen, sondern voller Hintergedanken und einer recht beachtlichten To-Do-Liste, die sie für uns abarbeiten sollen. Hauptsächlich aber sollen sie uns die Lösung für unsere Probleme auf einem Silbertablett servieren und die Erlösung aus dem Jammertal der Einsamkeit am besten gleich mit. Daher gilt, solange du deine emotionalen und psychischen Angelegenheiten nicht perfekt geregelt hast, bist du keine ideale Partnerin und kein idealer Partner für jemanden. Wenn du eines Tages hingegen in den Spiegel blicken und ehrlich behaupten kannst, auch ohne bessere Hälfte dein weiteres Leben bestreiten zu können, ist die Phase der Ungeduld vorbei. Die Phase der Begegnung kann beginnen und der göttliche Plan kann sich erfüllen. Unser heutiges Fazit Folge dem Fluss, trotze dem Sturm Biegsam wie eine Weile sollten wir sein, um den Gezeiten des göttlichen Planes bestmöglich folgen zu können. Das Leben lässt uns manchmal stürmen, trotzen, die wir, wenn wir gut verwurzelt sind, bestens überstehen werden. Die Anpassungsfähigkeit an Gegebenheiten, die wir nicht ändern können, ist eine Eigenschaft, die wir uns möglichst früh aneignen sollten. Es ist keine Schande, mit dem Strom zu schwimmen, sondern zeugt höchstens davon, dass man sich vertrauensvoll in die Hände des Schicksals legt, indem man sich treiben lässt. Widerstand ist zwecklos. Die Natur macht keine Fehler, Gott und das Universum auch nicht. Das Warten auf die richtige Person hat dann ein Ende, wenn wir in den Augen der höheren Mächte bereit dafür sind. Ihre Gedanken sind bekanntlich nicht unsere Gedanken und ihre Wege nicht die unseren. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.